Ich sag euch jetzt, wie es passiert, okay? Karel Dergerät kommt, neuer Trainer. Das erste, was passiert, Arbeitssieg auswärts in Karlsruhe. Ein oder zwei Tore Abstand. Simon Terodde ist weiße Victor Boniface. Karel Dergerät macht ihn zum Monster. Dann kommt der neue Trick von Moneyboy. Pusht extremst rein. Die Spieler pumpen den in der Kabine. Und wo Fußball-Deutschland denkt, war so ein Malocher-Sieg da auswärts in Karlsruhe. Mehr können sie nicht. Schmeißen wir auf einmal mit einer Karel Dergerät fußballerischen Masterclass am Milan-Tor auf einen Mittwochabend oder was das ist. Am Halloween St. Pauli aus dem Pokal raus. Und dann gehen sie los, die neuen Eurofighter. Dann gehen sie auf einmal los. Ganz kurzer Disclaimer. Da war gerade sehr viel Ironie dabei. Aber so lasst mich doch auch einfach mal hoffen.